Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt gerade hier auf dem Testserver und es gibt ein neues Event, was ich euch zeigen möchte. Ihr habt es, denke ich mal, ja schon am Titel erkannt. Es ist ein Daily Login-Event, wo ihr ja wieder täglich neue Belohnungen bekommt. Und hier unten haben wir das Event auch schon. Sommerüberraschungen nennt sich das Ganze. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon für den Frühling und für den Winter, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall hatten wir da irgendwelche Login-Events. Daran könnte ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Hier für Tag 1 hatten wir ein bisschen Staub. 8 Stunden, 6 Mal haben wir hier bekommen. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen was. Dann bekommen wir noch 8000 Taberhund, Münzen an Tag 2, an Tag 3 dann nochmal ein bisschen XP und so weiter. Bei Tag 7 bekommen wir dann nochmal 888 Diamanten, was, denke ich mal, am besten davon ist. Und dann zu guter Letzt haben wir dann auch nochmal eine große Truhe, so wie wir es kennen. Und hier haben wir die Möglichkeit, zwischen Eloat, Dress, Pieper, Silas und Wukong uns einen von den Helden auszusuchen. Und ich finde, das sind auf jeden Fall alles stabile Helden, die man sich mitnehmen kann. Ich denke, manche werden mich im Endeffekt dann doch für Wukong entscheiden, weil ich ihn am meisten brauche und ihn dann auf mythisch machen kann. Was auf jeden Fall schon mal geil wäre, dass ich dann dort sein Item hätte. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne auch in die Kommentare rein, für welchen Helden ihr euch entscheiden werdet. Und ja, ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall cool, so ein Daily Login Event kann man auch mal zwischendurch mitnehmen. Ist auf jeden Fall nice. Da gibt es dann auf jeden Fall einige Belohnungen für uns. Und dann, ja, soll es auf jeden Fall gewesen sein von dem Video. Ich wollte euch nur kurz auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.